Herzlich willkommen zum 241. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Die heutige Update-Folge wird dreigeteilt mit Stadt, Land und Bergfortschritt ganz am Ende dann noch. Als allererstes starten wir jetzt einmal im ländlichen Bereich und zwar mit dem Weg. Den baue ich jetzt gerade ab, damit wir danach den Steinweg reinsetzen können. So wie wir das letzte Update-Folge besprochen haben, ist immer extrem lästig, Sachen abzubauen. Aber der optische Fortschritt bzw. die Verbesserung, das werdet ihr gleich sehen, das steht auf jeden Fall dafür, der Aufwand. Jetzt baue ich gerade diesen Steinweg so ein bisschen weiter. Das sind alles Roundplates und Round-Tiles, die ich da verwende. Dunkelgrau, Hellgrau und dann noch so ein bisschen Dark Tan mit eingemischt, um so ein bisschen Kontrast und ein bisschen was an Farbe ja fast schon reinzubringen. Auch an Bepflanzung geht da hinten immer mal wieder was weiter, werdet ihr im Laufe der Update-Folge sehen. Weiter geht's mit der Brücke im mittleren Bereich. Da tausche ich gerade die Flat-Tiles aus und zwar zu Dunkelbraun, weil ich finde, das hat einfach einen schöneren Farbton. Wir haben schon relativ viel Reddish-Brown, so heißt dieses etwas hellere Braun, verbaut. Und das sticht einfach sehr raus im Landschaftsbild und dementsprechend habe ich mir gedacht, lockere ich diese Stelle ein bisschen auf. Kleinigkeiten, die extrem wichtig sind. Weiter geht's jetzt mit weiterem Weg. Der führt in dem Fall ganz hinten zu diesem Hochsitz, der da eingebaut ist. War übrigens sehr, sehr angenehm diesmal zu bauen, weil es direkt an der Kante war. Das heißt, ich musste nicht irgendwie auf Krampf mitten in der Stadt sitzen und mich nach vorne beugen und Rückenschmerzen nachhaben, sondern ich konnte ganz gemütlich vorne an der Kante sitzen und wirklich im Sitzen bauen. Großer Luxus. Jetzt geht's weiter mit Bepflanzung und das macht einen riesigen optischen Unterschied diesmal. Werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn ich anfange, die Bäume aufzustecken. Natürlich, es geht erstmal los mit Gras für die Grundierung. Und jetzt habe ich ein paar kleinere Bäume vorbereitet. Und natürlich die größeren Bäume mit den Blättern. Die dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Ein paar Büsche, um ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Und damit wäre das hier das Resultat für die vordere Ecke. Und ich finde da tatsächlich das Upgrade durch die extra Bepflanzung, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt, wo wir die ganze Bepflanzung abgeschlossen haben, geht's weiter mit Strafarbeit. Das ist dann genau das Gegenteil davon. Gerade war es schön grün, jetzt wird's grau. Da setze ich gerade einfach nur einmal zweier Profile Bricks übereinander als Vorbereitung für den Übergang auf den oberen Bereich der Plattform. Werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn wir das einbauen. Das hier sind die nächsten Arkaden, die ich vorbereitet habe. Und dahinter kommt dann eben das Mauerwerk. Und jetzt, das war ein bisschen ungeschickt von mir, habe ich mir gedacht, mache ich das fürs Video so, dass ich erstmal hinten diese langweiligen Profile Bricks aufstecke. Natürlich alle so, dass das schöne Mauerwerk nach vorne zeigt. Und ihr seht schon, da sind immer so zwei Noppenlücke dazwischen, weil da werden dann nämlich jetzt gleich die Arkaden reingesetzt. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Das war alles zerbrochen dann. War dann doch nicht so zufriedenstellend, wie ich es mir gedacht habe. Aber naja, das gehört auch mal dazu. Habe ich dann einfach da irgendwie reingefriemelt bekommen. Und jetzt alles komplett grau hingeklatscht. Das werden wir natürlich im Laufe der Update-Folge jetzt noch ein bisschen bearbeiten. Als allererstes mit dem kleinen Grünstreifen, der da unten hinkommt. Der dient dann jetzt sozusagen als Basis dafür, dass wir die nächsten Pflanzen draufbauen. Gleich komplett dahin, Stängel und so weiter. Davor habe ich noch ein bisschen den Bürgersteig weitergebaut, der da außen ist. Und jetzt geht es dann ans erste Efeu. Das habe ich ja schon auf der anderen Seite der Tiefgarageneinfahrt gebaut und wollte einfach das Stilelement nochmal widerspiegelnd haben. Habe jetzt da in dem Fall die Blätter so zweigeteilt, damit das einfach so aussieht, als ob es natürlich rauf rankt. Ich werde es jetzt auch nicht übertreiben mit dem ganzen Efeu, was wir hier raufbauen werden. Aber an ein, zwei Stellen, vielleicht werde ich noch eine weitere Stelle hinzunehmen, ist es ganz gut. Hier baue ich jetzt die angekündigten Blätter gerade ein. Das ist einfach die Grundierung, weil es ein bisschen mehr Struktur reinbringt, als diese vorgefertigten Stats, die ja eigentlich dafür da sind, mit dem Loch drin, wo man dann die Stängel reinsteckt. Ein Busch kommt noch dazu. Jetzt geht es dann los mit den Stängeln. Kann sein, dass noch der ein oder andere größere Buschbaum, wie auch immer, da vorkommt. Aber ihr habt es ja gesehen, ich habe nur zwei beziehungsweise drei Noppen Platz, um das da einzubauen. Aber Resultat fürs Erste passt. Ein bisschen Farbe ist da und damit würde ich sagen, geht es rüber zum Berg. Und da ist diesmal richtig was weitergegangen. Und vor allem bin ich wirklich zufrieden mit dem heutigen Baufortschritt beim Berg. Ihr seht schon, ich bin wieder dabei, die nächste Grünstelle reinzubauen. Und warum auch immer, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Position von der heutigen Grünstelle gefällt mir unfassbar gut. Vielleicht liegt es daran, dass es so links über der Stelle ist, wo schon zwei Bäume draufstehen und so ein bisschen schon eingebaut ist in den Hang. Vor allem, das kam auch noch dazu, das war einfach so eine Mulde, die bis jetzt da drin war im Berg. Wir haben richtig was zu besprechen. Als allererstes zum Berg. Ich glaube, da gibt es am wenigsten zu zu sagen. Die nächste Grünstelle da oben macht sich, finde ich, ziemlich gut. Gut, wir werden jetzt schauen, dass es nach oben ein bisschen ausgedünnt ist und ansonsten immer mal wieder am Ende der Update-Folgen gibt es ein bisschen Bergfortschritt und dann die ein oder andere Sonderfolge. Jetzt aber zu dem Part hier vorne. Da gibt es einiges zu besprechen. Als allererstes mal, das hier ist jetzt die neue Optik von ein bisschen weiter weg. Gefällt mir sehr gut mit der neuen Bepflanzung und vor allem mit dem neuen Weg hier vorne. Ihr werdet jetzt feststellen, ich werde hier im Laufe der nächsten Update-Folgen diesen äußersten Streifen immer freilassen, weil wenn ich jetzt nämlich hier in der Mitte was bearbeite und mich hier rüber beuge, dann muss ich euch nicht erzählen, dass ich hier vorne das alles abräumen würde. Ist mir drüben in der Westernstadt schon passiert. Dementsprechend lerne ich jetzt draußen, lasse hier einfach so vier, fünf Noppen frei. Vielleicht ziehe ich den Weg bis an die äußerste Kante, dann habe ich langfristig auch eine Möglichkeit, hier mich rüber zu beugen, ohne dass ich danach erst mal zehn Minuten mit Pflanzung neu aufstecken kann. So, nächster Punkt, die Mühle. Ich habe selbstverständlich euer Feedback dazu gelesen. Punkt Nummer eins, es wird natürlich runtergesetzt, das Wasserrad. Das machen wir auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist, ich werde hier drinnen, ich kann euch ja eben nochmal zeigen, wie es aktuell aussieht, da habe ich ja zwei Zahnräder eingebaut. Und das sind umso ziemlich alle Zahnräder, die ich überhaupt in meinem ganzen Fundus hier habe, weil ich null Technikteile habe. Das heißt, um das Ding zu verlangsamen, weil das war ja euer Feedback, was ich so gesehen habe. Und da bin ich völlig einer Meinung mit euch, werde ich das Ganze noch ein bisschen ergänzen müssen. Aber dazu brauche ich erst die Techniksteine, das werde ich das nächste Mal mitbestellen. Ich habe auch, was Techniksteine angeht, keinen Plan von nichts, aber habe jetzt mal Brickling durchgeschaut und werde einfach mal auf gut Glück ein paar Zahnräder mitbestellen. So, und dann geht es einmal hier drüben hin, weil das ist ja eigentlich so der Hauptpart für die Update-Folge, beziehungsweise das, wo ich jetzt erstmal euer Feedback zu brauche, was nämlich hier vorne hinkommt. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir mit dieser brache liegenden Fläche hier vorne anfangen sollen. Es ist eigentlich nicht wirklich Platz für ein Haus, Bepflanzung würde nicht wirklich reinpassen. Es ist einfach schwierig, das Ding zu füllen. Ich könnte natürlich noch den Bahnsteig ein Stück erweitern, würde durchaus Sinn machen. Ja, es ist halt die Frage, wir haben auf der einen Seite den Bahnsteig da, der rausgeht, und dann auf der gegenüberliegenden Seite das Ding, was nach da verlängert wird. Ob das so sinnvoll ist, parallel könnte man das noch erweitern nach da vorne, aber da kommt ja irgendwann der Tunnel hin, und da wollte ich bewusst ein bisschen Abstand haben zwischen Bahnhofskante oder Bahnsteigkante, wie auch immer, und der Einfahrt zum Tunnel. Tunnel werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen angehen, kann sein nächste Folge schon, ich weiß es noch nicht, das mache ich dann davon abhängig, wie ich gerade Lust und Laune habe. Ich weiß auch noch nicht, mit welcher Bautechnik ich das bauen möchte. Ob ich hier diese Rundbautechnik reinbaue, wie ich es ja schon, und dazu muss ich jetzt doch nochmal hier komplett rumdrehen, wie es ja schon hier vorne ist. Das Ding ist aber, hier verlaufen die direkt nebeneinander. Wenn wir jetzt nochmal, sorry für die ganzen Schwenkse im Moment, das ist immer ein bisschen unangenehm zum Zuschauen, das weiß ich schon, aber wenn wir jetzt mal die Stelle anschauen, da sind ja irgendwie 8 Noppen Platz dazwischen oder sowas, das heißt, das ist eine ziemliche Distanz, die wir da haben, und ich weiß nicht, wie das mit dieser Rundbautechnik aussieht. Muss man dann alles schauen, kann sein, dass ich in der Mitte das Ganze abtrenne, oder auch nicht, wird mit Sicherheit sehr viel Experimentiererei werden. Dann, weil noch die Frage aufgekommen ist, wann es denn endlich das nächste Mondvideo gibt, die Mondvideos werden brauchen. Das wird wahrscheinlich nur alle ein bis zwei Monate stattfinden, würde ich vermuten. Zum einen, weil ich die Steine bestellen muss, und zum anderen, weil die Steine einfach unfassbar teuer sind ohne Sponsor. Das kann ich auch mal zugeben, mache ich da halt einfach mal Verlust mit den Videos. Dementsprechend muss ich mir das so ein bisschen einteilen, dass das gut ins Zeug passt. Ich würde auch ganz gerne nicht jedes Mondvideo mit Sponsor machen. Als nächstes kommt aber ein Western-Update wieder. Da fange ich jetzt direkt nach diesem Video mit an. Das heißt, da gibt es wieder ein bisschen Abwechslung zwischen den Stadt-Updates. Ansonsten geht es ja auch hin und wieder mal hier in der Stadt, dann wieder im Land weiter. Ich denke, auch innerhalb der Lego-Stadt ist genug Abwechslung drin. Und die Frage ist auch noch aufgekommen. Wann gibt es denn nicht das 360-Grad-Video, nachdem ich das angekündigt habe, dass ich jetzt eine 360-Grad-Kamera habe, letztes Jahr im Übrigen, und seitdem nichts mehr gekommen ist. Ja, die Videoqualität hat einfach bis jetzt noch nicht gestimmt. Ich arbeite dran, aber ich muss das irgendwie in 5,4K exportieren können, weil sonst ist das halt nichts und wäre schon ganz gut, wenn ich das zusammenschneide, dass man so die spannendsten Stellen hat und nicht irgendwo im Berg oder unter der Platte oder was weiß ich. Nur eine Rundfahrt wäre ein bisschen langweilig. Da versuche ich ein bisschen mehr rauszubekommen, aber es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ich muss das in maximaler Qualität exportieren, weil man ja wie gesagt ein komplettes Bild rundherum hat. Und dann seht ihr, wenn ihr jetzt mit dem Handy so rumschaut, immer nur einen Ausschnitt von der Stadt, den ihr gerade sehen wollt. Und damit muss die Auflösung einfach hoch genug sein, damit dieser Ausschnitt, den ihr gerade seht, in der nötigen Qualität ist. Ist halt einfach so, ich arbeite dran, auch geplant in den nächsten 2, 3 Wochen, dass es dann hoffentlich klappt. Und ich glaube, damit hätten wir jetzt dann auch das Ende erreicht für die heutige Update-Folge. Das wollt ihr jetzt noch eben erzählt haben. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich jetzt wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!